Das Airbeat One Festival auf dem kleinen Flugplatz nahe Neustadt-Glewe wird offiziell für das kommende Jahr geplant. Das bestätigte der Veranstalter gegenüber einer Nachfrage der Schweriner Volkszeitung. Unter anderem haben 40 der zurzeit größten DJs der Electronic Dance Music Szene zugesagt. Darunter auch der französische Star DJ David Guetta. Rückenwind bekommt das Musikfestival vom Land. Für Traditionsveranstaltungen und Musikfestivals mit überregionaler Bedeutung hat die Landesregierung umfangreiche Hilfen zur Absicherung zugesagt. Laut dem Veranstalter wird bereits an Szenarien gearbeitet, wie das Festival stattfinden kann. Dazu werden verschiedene Hygienekonzepte geprüft. Dabei kommt es sowohl darauf an, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt, als auch die Maßnahmen der Politik. Ob der Zeitraum vom 7. bis zum 11. Juli eingehalten werden kann, wird spätestens Ende März bekannt gegeben.